Unser Gewinnsatz läuft ja so langsam aus, aber wenn Sie letzten Dienstag mitgemacht haben, dann ist für Sie noch alles drin, nämlich hier drin. So hieß der Satz vom letzten Dienstag. Sie sollten Ihren Augen trauen, wenn Sie den Gewinnsatz bauen. Genau so hieß er. Sie sollten Ihren Augen trauen, wenn Sie den Gewinnsatz bauen. Wenn Sie ihn auf eine Postkarte geschrieben haben, wenn Sie ihn uns eingeschickt haben, dann ist er hier drin in diesem Kübel gelandet. Sie haben jetzt die Möglichkeit, wenn ich ein glückliches Händchen habe, zu fliegen. Mit der LTU von Düsseldorf nach Antalya und zwar vom 30.06. bis zum 7.07. Jetzt drücke ich Ihnen ganz feste Daumen und ich begebe mich jetzt hier rein. Guck nicht und ziehe hoffentlich Ihre Karte. Das kann nur eine sein. Diese eine ist Maria Veloso in der Köstlinstraße 18 in Braunschweig. Herzlichen Glückwunsch. Ein Tusch. Ja, das ist unser Gewinnsatz-Tusch. Sie fliegen nach Antalya auf unsere Kosten. So, unser Gewinnsatz. Je später der Abend, desto erotischer bei uns das RTL Plus Programm. Weiß man ja, Dienstagabend, je später es abends, desto erotischer ist es bei uns. Wir haben eine neue Serie. Wir starten eine neue Serie. Statt der Serie Roos gibt es ab heute die Serie Sexy Folies. Folies habe ich nachgeblättert. Heißt so viel wie Narrheiten, Torheiten. Sexy habe ich nicht nachgeschaut. Das wissen wir, glaube ich, alle. Sexy Folies ist die deutsche Bearbeitung der gleichnamigen Serie in der französischen Antenne, in einem so heißen Sender, Antenne 2 in Frankreich. Frage Sie, wie würden Sie dann reagieren, wenn so ein Kamerateam um Sie rumstehen würde und Sie fragen würde, zeigen Sie doch mal was von Ihnen. Also ich würde mich so auf das ungefähr einlassen. Voilà, L'Amour aus Frankreich.